Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir spielen auch gleich weiter mit der nächsten Mission in Bergstein, Germany. Und es wird nicht mehr regnen. Äh, regnen. Glaube ich zumindest. Hoffe ich. Okay. Immer schön an der Seite laufen. Fein. Immer schön Schlangenmini laufen. Ich bringe natürlich den anderen Teil. Ja, die ganzen Leichen versinken. Au, scheiße. Oookay. Das war's. Äh, F. Wer war das? Okay, das ist einer von uns. Gut. Das ist auch gut. Auch alle von uns. Nein. Du stehst mir im Weg. Das ist nicht gut. Und. Und. Stehst. Auch. Im Weg. Oh mein Gott. Keine. Ja. Gute Idee. Okay. Ups. Okay. Fertig. Oh. Das brauchte ich wohl nicht mehr. Okay. Dann laufen wir weiter. Ich bräuchte so eine Sniper festzichtig. Ich bräuchte so eine Sniper festzichtig. Das ist viel besser. Ich bräuchte so ein bisschen mehr. Ich bräuchte so eine Sniper festzichtig. Und da hast du eine Granate. Da bist du. Da bist du. Okay. Au. weiterlaufen boah, wieso treffe ich den nicht? okay ich habe ihn doch getroffen ähm, da liegt noch einer da liegt noch einer und das war's natürlich ich vergaßt, du fliehst auch so, war's das? ja, weiter geht's oh, vielleicht auch nicht ich muss erstmal gucken, ob hier irgendjemand Munition für mich hat denn, nein ich habe sie gut geteilt aua ja smoke grenade kommt sofort oh zu späät au au na schnucki und weg hier ja, ich drücke immer Leertaste weil ich das noch von Mass Effect gewohnt bin mal wieder oh und schön nachladen nachladen und weiter geht's keiner hier da einer natürlich keine Munition mehr und weg hier, würde ich mal sagen aber ich habe so gut wie keine Munition mehr das ist natürlich richtig beschissen aber ich habe so gut wie keine Munition mehr besonders jetzt, äh, C und aufs Topf ein mein Gott wie kann ich das nicht ist auf um das geht um um okay Oh. 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 C. Oh. Ach da. Entschuldigung, wieder. C.